Heute zeige ich euch mal, was man als Sensi-Berater, Beraterin so alles tut. Und zwar kam bei mir eine riesengroße Partybestellung an. Die wollte natürlich erstmal hübsch verpackt werden und die werde ich heute Nachmittag noch zu meinem Gastgeber bringen. Der durfte sich natürlich ganz, ganz tolle Prämien dafür aussuchen. Und das ist eine Tätigkeit, die man macht, wenn man offline unterwegs ist. Sprich, die klassischen Homepartys macht und dann kommt die Bestellung zu uns Beratern nach Hause. Also wir verpacken die und bringen die unseren Gastgebern. Wenn ihr allerdings, wie ich zum Beispiel auch, TikTok-Lives mögt oder euer Geschäft online aufbauen möchtet, da shoppen die Kunden natürlich über euren Online-Shop. Sprich, die Ware kommt erst gar nicht zu uns nach Hause und geht direkt von Sensi zu den Kunden raus. In diesem Fall packe ich dann immer noch nette Schnupperpost als Dankeschön für meine Kunden. Aber auch das kein Muss. Wichtig ist, ihr tut als Berater das, wo ihr euch wohlfühlt, ob das nun in der Offline- oder in der Online-Welt ist. Das entscheidet ihr. Nebenbei habe ich die Bestellung in einem TikTok Live verpackt. So haben wir quasi zwei Fliegen mit einer Klappe.